Hey Leute, wie geht's euch? Mein Name ist Sound of a Gap und das ist Monster Hunter World Iceborne. Und immer noch auf Deutsch, denn ich bin immer noch mit meinem Bruder unterwegs. Ich entschuldige mich gleich mal dafür, dass ich gestern nicht da war. Ich war nämlich überhaupt gar nicht zu Hause. Deswegen habe ich die täglichen Missionen ganz spät abends gemacht und auch gar nicht erst aufgenommen. Aber dafür heute wieder umso mehr, obwohl es relativ wenig ist. Zweimal Velum Valhazak Resident Evil Event und einmal Vulkan Odogaron und dann war es das auch schon. Genau, am Ende zeige ich euch dann noch den neuen Kronenleuchter, denn ich habe wieder ein paar VIP Luna Tickets bekommen. Das wie gesagt dann aber ganz am Ende des Videos. Okay Leute, na dann, viel Spaß. Ja, mich grundlegend auch, aber jetzt gerade noch nicht. So. Das ist ja auch schon 74. Wenn ich? Oh, cool. Ja, ich war ja eine Weile lang 69 gewesen, aber wenn du 69, habe ich glaube ich zwei oder dreimal den Staffordjiva getötet. Hm. Kann losgehen. Ja. Der Mord ist für den Tropfen. Äh, ich sehe gerade, ich habe die falsche Ofer dabei. Ich habe eine Explosionswaffe, keine Drachenwaffe. Nice, sonst wirst du hier los. So, die Drachen haben wieder. Die Sterne. Jetzt ist es schon. Und jetzt geht es schon. Ich bin fast ein bisschen in der Gnede hier. Der wollte ja alle wegrennt schon hier. Na gut, auch mit Explosionswaffe geht es gut. Ich bin fast ein bisschen. Ich bin drauf. Und fällt. Ich war noch nicht einmal Zombie bisher. Ich war noch nicht einmal Zombie bisher. Ich glaube jetzt werde ich Zombie. Ne, immer noch nicht. Okay. Geil, ich habe mich an ihm festgehalten. Und damit hat mich, äh, das ist mir erstmal absolut gar nicht getroffen. Jetzt mich Zombie. Hehehe. Ich wollte mal den Spanns angehen. Der Spanns ist wieder verwundet. Der Spanns ist wieder verwundet. Der Spanns ist wieder verwundet. Warum stöp der Daichi fast? Äh, keine Ahnung. Der Spanns ist wieder verwundet. 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 Der Spanns ist wieder wundet. Der Spanns ist wieder verwundet. Oh, okay. Ach komm schon. Von tot nach schön. Nummer 1 geschafft. Oh, war der Sarg-Egelstein. Noch einer Egelstein gekriegt? Ich brauche noch eine Hartklaue für die Waffe. 4 Münzen mit Abzeichen. Ich habe nicht eine Klaue bekommen. Oh. Unwünstig. Wir müssen ihn noch mal machen. Wir müssen noch eine Drachenelte machen. Ich weiß nicht, dass wir den machen. Ja, Taliphan-Vesum müssen wir trotzdem noch mal machen. Ach so. Okay. Hey du. So und diesmal mit der richtigen Waffe. Oh. 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 ob ich von dem bodel da dran ist wird schon sofort zum zombie was das ist ich war ein werfes Zombie da Noch so langsamer als es auch nicht. Echt jetzt? Komm mal raus da, Digga. Erst auf. Ja, das schön. Die Stoff. Ja, das schön. Ja. Ja, das schön. Ja, das schön. Ja. Erst auf. Dankeschön Dann drauf Und fällt Die Stablanze ist nicht fertig 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 Der Hecker war halt nicht geflippt Oder hast du doch was da passiert Und die waren doch noch Zombi gewesen Oh, shit later. I see it. Das war's. 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 Das war's.